Innenstadt von Besswood Das ist natürlich richtig dummes Timing, Alter Was sagt ihr bis jetzt zum Spiel? Chat? Eineinhalb Stunden sind rum vom Spiel? Ich finde es ganz geil bis jetzt Wir hätten es einen Kopf Wir gehen erstmal zum Polizisten Sehr gut, mag ich, gefällt mir So Chat, X für Wer war das? A für Ich verlasse die Stadt bald Oder B für Heute schon Dennis gesehen? Du hast heute nicht Dennis gesehen, hast du? Warum hast du ihn gehofft? Ich wollte dir vor der letzte Nacht entsprechen Ich werde einfach aus seinem Weg bleiben für ein Tag oder zwei Ich habe gehört, dass du Dennis ziemlich gut verletzt hast Ich bin nicht beantwortet Seine Kopf ist voller Schmuck Es dauert einen Moment, um es auszutauschen Okay, äh, wer war das? Lass dich nicht aufhalten Die Person, die du mit sprachst, war das? Eine verloren Säule Vagranität ist nicht ein Krieg, aber Loiterung und Verwaltungen sind Ich versuche, dich zu verstehen Es saugt vor allem Sorry about that, uh, went off for a spell Just remember, this town doesn't always respect the things you do Trust me, I know I don't want to keep you officer Have a good day Keep your nose clean Jetzt kann er zusammenschlagen, wenn ich nicht hingucke Okay, also Dennis, äh, habe ich ziemlich zugerichtet Ich bin stolz auf uns Bin stolz auf uns So, was machen wir denn jetzt? Was sollen wir denn jetzt machen? 50% Rabatt Yo, get out of the way Sonst was You move I'm the one coming in Fuck you That's enough Wer ist er denn, Alter? Fuck you Kathy und Hugh were both at the wake I should talk to them Warum wollte der denn gerade Stress, Alter? Irgendwie hassen mich hier wirklich alle. Irgendwie finde ich die cool vom Aussehen her. Und wenn es nicht hilft, kann es nicht zuhören. Ich bin glücklich, dass jemand diese alte Drugsstörer übernimmt. Kannst du dir vorstellen? Diese Stadt ohne eine Pharmazie würde ich als, äh, ich, mit einem Schlauch in meinem Kopf. Ich werde einfach die Internet-Internet anschauen, wenn ich nach Hause komme. Es wird mir sagen, was du kriegst. Es war... nett, zu sprechen, Tara. Oh, ja. Immer. Oh Gott. Ei, ei, ei. So, hallo, Juk. You, you have me, äh, wie heißt er? You, you have now. Nee, ich bin raus. You have now, heißt er. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly. Ha, I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Yeah, I got to hear all about it secondhand. Really not my finest hour. I would say not, after your barroom brawl. I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys. But you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No, no, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. Hä, warum hat der jetzt auf einmal schon wieder der Stadt gut getan, der Artikel? Dachte, der war kacke, weil er den Bergleuten die Arbeit gekostet hat. So. X für, sie müssen nicht nett sein. A für, nein hat es nicht. Und B, für inwiefern. Das ist natürlich jetzt Kacke für Entscheidungen. Wise woman. Listen to her advice. Now you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? I have to ask, why move here, of all places? You know, here, Basswood. A blink, and you miss this town. People move out of Basswood, not in. The town I used to work in, had a hundred other pharmacies in it. Oh, you'd make sales. But you don't get to know anyone, ever. Plus, if I'm being honest, I always imagined I'd retire in a small mountain town. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something from me? Natürlich. There's a net. Hey, Cathy. Oh, Sam. What can I do you for? Jetzt. It's just one of those days. I ran into Declan outside. He ran into some thugs. Declan? He's testy, because he wants Miner's Day to go well. Like in the old days. Without any trouble. But really, Sam, I'm in the middle of my shift. Do you need something? Wow, Alter. Die ist aber auch so, so quatsch mir nicht voll, ich will weiterarbeiten. Dennis hasn't come in today, has he? Dennis? I haven't seen him since last night. Why? Nicht, dass wir den umgebracht haben. Last night we got into a fight. Like a fist fight. Really? Sorry, I miss that. You could both use the thumping. But I left early to go check on Joan. She was sad before last night, but after she saw you, heartbroken. You're supposed to be her godfather. But whatever you said to her... I didn't mean... If that's what happens when she's around you, maybe just stay out of her life. Sorry. I know it's not your fault, but I just don't... I don't... I don't know what to do with her. She's my daughter. And I feel like I'm losing her. I gotta go. The boss sees me, John, instead of working, I get an earful. Selbst die hat auch keinen Bock auf mich, die Katie. Krass. Können wir noch irgendwas kaufen oder so? Chips-Type. It reminds me of a girl, I met. She could only eat chips when she had stomach eggs. Wenn sie Magenschmerzen hatte, konnte sie nur Chips essen. Da kenne ich noch jemanden. So. Twitch kaputt, kommt Wasser raus. Ja. Ja, man muss aber sagen, Handy, zumindest iPhone und iPad, haben richtig krasse Verzögerung bei Twitch. Immer. Also jetzt nicht nur bei mir, sondern generell. Das ist krass. Muss man schon sagen. So, was machen wir denn jetzt? So, hier ist das Hotel. Können wir wieder zurück? Geschlossenes Hotel. Okay, das ist gar nicht mein Hotel. Ist das mein Auto wenigstens? Nö. Da ist der Polizist. Da hinten sind noch Menschen. Ich geh mal da mal hin. Ach, hier ist ja auch das... Wo ist ein anderes Café? Sie meint ja, das Café heißt Christina oder so ähnlich. Ich geh mal da nicht. Das Tinas Laden. Ah, okay. Das sieht doch gut aus. Nein, ist da drüben die Bar. Wo ist denn die... Die Geschichte von Bestwoods. Haben Sie je gefragt, woher Bestwoods seinen Namen hat? Und was ich von der Kleine... Okay. So, ab zur Ex. So, ab zur Ex. Du bist nicht... Was? Du bist nicht Tattrich? Du sollst weniger tragen? Habe ich eine Wahl? Du bist viele Dinge, aber nicht Dottere. Vielleicht. Sam, du sollst nicht so etwas sagen. Auch wenn sie wahr sind. Die ist nett. Okay, Mewley. Für zwei Punkte. Was ist der Name der Pink Pony auf dem Film Film Film, Prancers? Der Super Cooler, der ich euch erzählte den letzten Tag? Ich weiß, meine Lieblings... Uh, Polly. Polly Pony? Nein, das ist sie, sie. Sie ist völlig anders. Dann was sie? Ich weiß nicht. Was ist die Karte wieder? Du möchtest gewinnen, huh, Bug? Okay, Koffi für dich und Schokolade für die Junge. Was ist das ein Comic über Monsters? Es ist über Tardigrade-Mann. Er kann fast alles überprüfen. Er kann nur etwas überprüfen. Er ist seine eigenen Emotionen. Er ist auf den Tardigrät-Mikroskopischen Tardigrät. Er hat acht Legs und kann überprüfen star-radiationen. Huh, das ist nicht so, wie eine junge Frau, eine junge Frau, die sie lachen müssen. Sie sagt, sie wird ein Entomologist. Was kannst du tun? Ich werde ein Entomologist sein. Ich werde alle Böge studieren, insbesondere die Kuralis. Aber Tardigrade ist nicht ein Böge. Es ist ein Micro-Animal. Well, gut für dich. Sieht so, wie eine junge Frau, wie du, sollte sie lachen. So, uh, können wir das wieder spielen? Tomorrow, vielleicht? Wir können so oft wie Sie wollen. Du versuchst? Ja, ich versuchst. Pinky-Swear? Wenn du sie verbringst, dann gehst du zu hell. Ich glaube, dass du diese Sprache brauchst. Du kannst das nicht verbringst. Die Pinky-Swear? Vielen Dank. Du bist immer so sehr lieb. Sag, Christina. Oh, Sam, es hat Jahre alt. Es ist wirklich so schön, dich wieder zu sehen. Ja, auch immer. Ich wollte, dass du zu dem Feier gekommen bist, aber nur über das zu denken, Oh, dear. Now, I know you want to interrupt her because I want to interrupt her. So, eyes on me, buddy. Happy thoughts, deep breaths. Ja, well, speaking of the... Poor Joan, losing her father at such a young age. Oh, what a tragedy. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. Poor child only has Kathy now, and, well, far from me to criticize or anything, but those last few months Kathy hasn't been all there, if you know what I mean. Hopefully this tragedy will be a wake-up call for her to be more present. She should take a few weeks off to be with Joan. I know you would never refuse. Don't you agree? Yeah, of course. I'm sure if poor Kathy would only ask him for the time. Ah, but look at me. I talk and talk and talk, but you had something to say, didn't you? Have you seen Dennis today? Dennis? No, it's odd actually. He usually stops in his Sunday mornings. Like how you and Nick used to come over from the paper with Anna every Friday. The three always seem so happy. Oh, but you, Sam, how have you been doing? It's been, well, you know Cruise Control? I've been on Cruise Control. You might miss it once it's gone. Life rarely lets you coast for long. You look well. I've been better. Hungover this morning. You know what's good for that? Coffee. I know, Christina. Not right now. I gotta go. So, wo ist denn unsere Ex? Sie wollte sich doch hier mit uns treffen. You seem real engrossed. Oh, I'm sorry, hon. Just balancing the books. I'm trying to. Do you still have Basswood's Best Coffee? Ah, honey, you know we've never had that. That's over at the police station. Best takes her coffee very seriously. Puts mine to shame. She pays out of pocket for real high-end stuff. I'd never make the margins work. Not that my margins have been cutting it lately. Anyway, the past is the past. I just accepted a big business opportunity. Which makes tidying up my books in time extra important. Even if it kills me. I didn't think I'd see the day where you'd consider a franchise contract. Ha! Only the day God calls for me. Have you met Hugh Kirkland already? The new pharmacist. He's helping me with a few improvements. Angel investing. Can you believe it? I actually can't. What did he ask for in return? Oh dear, I can't believe you're so cynical. Your age. People in small towns do help each other. Every now and again. That's not just something that happens on made for TV movies. Okay. I'll talk to you later. Good luck with your books. Hallo Jesse, Grüße. Was meinst du? Na, du hast doch das Spiel auch schon durchgespielt. Und, äh, mich würde mal interessieren, ob du andere Sachen hattest als ich. Weil ich entscheide mich ja vielleicht nochmal anders. Aber wie, ich bin zu spät zum Treffen. Hey Mann. Ich dachte, ich kenne alle, aber ich weiß nicht, wie du. Ich war ein Regulier ein paar Jahre alt. Oh, genau. Du bist einer derjenigen, die die Stadt verholt, wenn die Minden abholt. Du kannst das sagen, ja. Die Stadt hat seitdem nicht viel geändert. Same old, boring Basswood. Ich weiß, dass die meisten Leute das lieben, aber ich weiß nicht. Es ist kalt hier. Es ist schön. Es ist so kalt, dass es keine Rassort ist, ich glaube. Genau? Das ist ja doof. Ich wollte mich doch hier mit... mit Dingsbums treffen. Schlecht. Ganz schlecht. Aber vorhin hat er ja noch gesagt, dass er noch Zeit hat vor dem Treffen. Was ist denn hier? Ich bin Mitarbeiterin. Hey, ich weiß nicht, dass ich dich in der Stadt gesehen habe. Was ich überrascht? Ich bin in Basswood. Ich bin in Basswood. Ich bin in Basswood. Aber ich bin ein paar Jahre alt. Wenn du weggekommen hast, und immer wieder zurückkommst? Du wirst niemals wieder sehen, wenn ich mich wieder zurückkommst. Warum nicht? Ja, sicher. Ich werde nur meine Millionen Dollar nehmen und es machen. Ich kann gar nicht vorgehen, wie alle anderen hier. Zu schlecht, um zu bleiben, zu schlecht, um zu gehen. Ein bisschen aus wie vor ein Final Fantasy, der Typ. Joe. Sam? Der alte Bruch, wie bist du? Was ist der Kalender? Zwei Jahre, Joe. Es sind zwei Jahre. Zwei Jahre. Heard, du hast gestorben. Die Jungs gibt dir Probleme? Das ist irgendwie leib oder net. Vielleicht ein bisschen. Aber keine Angst. Es ist schwer für mich zu schuldigen. Nach der Minde zu verlassen. Es ist nicht leicht, um die Essen zu stellen. Du hast nicht auf dem Tisch gesehen. Du lässt dich nicht auf dem Tisch. Keine Ahnung, der noch nicht auf dem Tisch verloren hat. Du hast heute nicht Dennis gesehen, hast du? Ich wünsche. Ich bin nur der einzige Mann, den ich mit dem Hockey sprechen könnte. Nicht Fußball? Ich möchte Fußball sprechen. Ich kann nur jemanden auf der Straße nehmen. Dennis hat eigentlich einen Mannsport. Aber jetzt habe ich ihn nicht gesehen. Wir sind alle offen, also quasi nicht ganz dicht. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Aber Anna ist jung. Wie hast du sie verletzt? Du kannst sie weg? Du wirst besser wissen als ich. Ich habe gehört. Ich weiß nicht, ob ich dich auf dem Tisch bin. Ich bin immer zufrieden. Ich habe ihn immer zu. Ich bin ein Mannsportler. Ich bin ein Mann, der mich in den Augen kann. Und sagen, was er bedeutet. Ich habe erinnert, dass du nicht beim Barsch verletzt hast. Das Glas einfach immer voll haben, auf jeden Fall. Tschau. 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 Hey, kann ich etwas fragen? Hallo, junger Mann. Natürlich kann man es fragen. Kein Problem. Ich habe es gefragt. Warum schluchst du auf die Memorial? Nun, alles muss sich die beste für heute sein. Especially die Miner. Ich glaube, es war nicht wirklich das Jahr passiert. Gut, dass Herr Kirkland hat sich entschieden. Und das ist, damit die Leute können mit dem Rieden wir als Rednecks sein. Das ist wichtig? Es sollte jeder West-Virginian interessieren. Und warum denkst du, es sollte so viel interessieren? Wie viele West-Virginianer nimmt es den Schrauben in einem Lichtbohr? Das klingt nicht wie eine Geschichte-Lechtheit. Du antwortest meine Frage, ich antwortest. Also, wie viele West-Virginianer? Irgendwo. Eine die dass die Lichtbohr ''N drizzle«, ne? Diewas ist liesslich. Eine die Heldbohr bekä�. Die Stimme klingt älterre als ausschauend. Du findest dich so wie so, in der Vergangenheit? Manchmal. Aber ich mag die Leute hier nicht. Ich meine meine Passe. Die Minde ist nicht zurückgekommen. Das bedeutet, dass wir unsere Statuen schreien. Also, du willst noch die Geschichte hören? Nein. Ich muss jemanden finden. Einige Mal, vielleicht. Na ja, du hast verloren. Du schützt jetzt. Ich weiß nicht. Keine Glück, aber ich sollte sich umdrehen. Jemand muss den Dennis sehen. Okay, ich darf den... Den Spot hier nicht verlassen. Ob wir den umgebracht haben? Ich hoffe nicht. Oh, hier ist sie. Petri. Hey Bug. What are you doing out here? Hey Muley. Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. I got a new journal. After I left the old one somewhere. See? Petri. Surprised you're still in town. Thought you'd just leave again. Maybe I deserve that. Maybe you don't. My mom says I can hold a grudge. It's just this town. You know? This place. It feels like I'm suffocating. I can't breathe. I can't think. I can't stand my mom. I don't like school. I don't like school. And just. When I imagine myself in the future. I just don't. I don't know. I don't see this place. Or these people. I'm somewhere else. Anywhere else. I know it's stupid. Just. It's not stupid. If you want you can go anywhere in the world. Have adventures. Fall in love. I mean that's what I've been told anyway. Gross. Okay. Well that other stuff sounds okay though. Thanks for listening. I can't grow up stuff I gotta do. I've got kids stuff I gotta see about. So we're both busy. boy with me. what's your name now? I can't forget him. Hey. Here. I'm here to go. My name is a name. I'm here to go. My name is a name. My name is a name. Coz. I'm here to go. So, ab zur Ex. Mehr eine Rangelei geschieht ihm ganz recht. Ich kann mich kaum erinnern. So, das stimmt. Wir all dealen mit Stress in unsere eigenen Weise. Ich habe mich auf Dennis gebetetet. Ja, speaking of, du hast ihn nicht heute gesehen, hast du? Warum? Afraid ihr Powerful Blows lädt ihn ab? So, was du arbeitest? Ich arbeite an ein Artikel. On wie Natur macht seine Besten der Land nach einer Strip Mining-Operation. Ich glaube, wir können hier vertrauen. Okay, Chad, anvertrauen oder nicht anvertrauen? Leute, ihr schreibt mal schnell einen Chat. Eins für erzählen, zwei für verheimlichen. Ich bin gleich wieder da und muss mal schnell Pipi machen. Und ihr schreibt so lange in den Chat. Ja, das ist seine Ex. So. Nicht anvertrauen, nicht anvertrauen. Erzählen, erzählen, erzählen. Das Ding ist, Leute, ihr müsst aber mal ein bisschen davon ausgehen. Ich glaube, es war vorhin auch schon falsch, ehrlich gesagt. Der Kleinen, ich habe ihren Namen vergessen, nicht zu helfen, Sachen zu suchen, die darauf hinweisen, dass es vielleicht ein Mord gewesen sein kann. Weil ich glaube, das verkürzt das Spiel. Denke ich. Dann sicherlich nicht anvertrauen. Ach doch, guck mal, Alter, das war... Das war doch meine... Das ist doch meine Ex. Oder? Ach, komm, ich vertraue jetzt an. Ich glaube, eins hat eh gewonnen. Wartet. Ich weiß nicht, was ich heute Morgen gewonnen habe. Ich weiß nicht, was ich heute Morgen gewonnen habe. Und mein Scherz war in Blut. Blut? Ich weiß nicht. Ich will das jetzt machen. Sam, ist da nichts, was ich tun kann, um zu helfen? Oh, äh, nein. Ich werde nur mein eigenes. Oh, Sam. Was hast du getan? Ich will das ja auf den Weg hin. Ciao, herzlich Willkommen, wer bist du denn? Kennt man sich? Oder er nicht? So. Oh, da ist der Dicke. Der Ex war trauen. Das war's. Wenn es Reiten nicht mehr geht? Was? Okay, aber wo finde ich jetzt den Typen? B-Basswood-Jungle. Ob die Stress machen hier? Ja, Jungs. Da. Ich werde heute mal nicht spoilern. Aber hat sich irgendwas verändert, wo du ihr gesagt hast, du hilfst ihr? Oder ist es alles gleich bis jetzt? Das würde mich nur interessieren, Kitty. Kannst du auch Leute schlagen oder läuft der nur rum und redet? Das ist kein GTA. So, also hier ist der Typ nicht. Wen haben wir denn hier? Ja. Joel, schau. Okay. Und Paul. Ich möchte nicht diese Gespräche wiederholen. Wir klar? Nice sucker punch. Guck! Guck! Also hier. Guck? Okay, dann. Gibst du so, dass du dich nicht blockieren willst? Ich kann es nicht angeln. De-Declin ist gleich auf der Straße. Also hier ist D-Declin? Guck! Du bist so. Und? Denk wo du? Das ist so. Und das ist eine kleine Stadt. Es gibt nicht genug Raum für dich, oder? Komm ran, Junge! Mach dich nackig! Jimo ist rollig? Was? So, aber wo finden wir jetzt den Dude? Da war ich doch gerade, Alter. Da ist doch zu, der Puff. Warum eigentlich immer ins Gesicht? Na, wohin denn dann? Also bis jetzt würde ich sagen, es ist gleich, aber da kommt ja einiges noch. Okay. Zumindest die Basswälder-Jungel ist immer noch in der Mitte. Bestimmt die Hintertür. Dario, da hast du deinen Schlagen. Wir wissen wohl nicht, was ne Nasenkorrektur kostet. Guck mal, meine, die ist auch schief und krumm. War auch Pac-Man im Hintergrund. Wo ist Dennis? Er sollte hier sein. Die haben bestimmt ne Kooperation mit Pac-Man. Hm. Aber hab ich mich jetzt verguckt, oder ist er wirklich wieder eingebrochen? Der dürfte doch hier gar nicht drin sein. Dennis. Dennis. Was ist denn passiert? Was ist der Kunde? Was ist das, wie ich hatte Blood on me? Das war ich? Ich habe... Nein. Das war ich. Wir sind's. Wir sind's. Wir sind's. Wir sind's. Wir sind's. you can do this Sam when you focus you can think through any problem Sam, focus on ease. Sam, focus on ease. Sam, focus on ease. Sam, no, don't think about that, don't let it in. Focus on ease, Sam, Dennis is a distraction. Alter, der wählt den aber nicht aus. Was soll ich denn machen, der wählt den nicht aus, Mann? Warum hast du mich getötet, Sam? Warum, Sam? Keep going, you got this. Warum? Tot, verderben. Sam? Warum hast du das getan, Sam? Sam? Sam, no, don't think about that, don't let it in. Da, guck mal, ich kann ihn gar nicht auswählen jetzt. Focus on me, Sam. Ich bringe euch alle um. Mario, dankeschön. Irgendwie hab ich hier meine Kabel. Da, da hinten ist er, guck. Es. Mit Kontrolle ist das doch ein bisschen schwerer. Ah? Don't give up, Sam. You almost have it. Sam? Warum hast du das getan, Sam? Warum? Warum hast du dich getötet? Tot. Warum? Dankeschön, Dario. Oh, dieses Geräusch, ja? Come on, Sam, keep it together. You can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Scheisswound. Welches Weapon das hat getan? Geräusch. Der Kabel ging durch. Der Körner muss sich nahe sein. Wo ging der Kabel? Der eine Typ hatte doch eine Knarre in der Bar. Der Kabel ist hier stopped. Ein kleiner Kaliber, wie der Dennis' Kabel. Das war da, was? Das war da! Der Knochen ist ziemlich weit entfernt von der Knochen, aber ich glaube, das ist nicht wichtig. Der Knochen. Was für ein Knochen das hat das gemacht? Blut auf dem Monitor. Nicht viel zu tun. Ich brauche etwas, was wichtig ist. Schusswälder. Welche Waffe hat das gemacht? Was wollen die denn jetzt? Da oben ist die Kugel. Dennis war bereits tot, als du gekommen bist. Könntest du sehen? Dennis wurde getrunken und du hast noch keine Schraube. Wie hätte du das gemacht? Alles, was du getan hast, war zu移ern seinen Körper. Das ist so, dass dein Kugel verletzt wurde. Schau mal an, Sam. Schau mal an und schau mal an. Okay, die Maske. Schraube? Du bist genau. Ich kann es sehen. Ich habe die komplette Bildung jetzt. Aber ich selbst war das nicht. Aber mir wird das jetzt in die Schuhe geschoben werden. Ich hab meine Güte. So. Also? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 War das noch frisch? Ah ne, das war gestern Abend, deswegen hatte ich das an meinem Hemd. Die Blut auf dem Schirm war Dennis, aber ich habe ihn nicht zu töten, ich habe ihn tot. Blackout, krank, panisch, ich schraubelte von meinem Auto. Glücklich, ich bin zurück in der Hotel und nicht auf eine Pohre. Now, I know I didn't do it. The police though may not feel the same way. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. Figgi schreibt, ich finde es geil. Ich finde es geil, ich mag diese zwei Persönlichkeiten, zweite Persönlichkeit, ist auch ziemlich geil, ich kenne das. Toll, Leute, jetzt sind wir der Assi. Hause kommen, tut mir leid, ich muss einem Arschloch die Welt erklären. Ich werde nicht wach sein, um Frühstück zu machen, aber dann sind ein paar Waffeln im Gefrierfach. Da kann ich jetzt hier auch was... E-Mails zwischen Nick und Dee. Hey, Walt, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich habe beschlossen, die Geschichte ruhen zu lassen. Wie es scheint, bin ich letztendlich doch in der Sackgasse geraten. Zunächst, äh, nächstes Mal habe ich hoffentlich mehr Glück. Lieber Nick, ich hoffe, du hast eine gute Reise. Du hattest letzte Woche erwähnt, dass du eine große Geschichte auf der Spur bist. Ich fürchte hier, weil man... ...belanglos ist. Okay. Das Puzzle kommt zusammen. Dennis hat alle E-Mails lesen. Er hat herausgefunden, dass Nick nicht seine Anrufe verhindert, wie er Walter sagte. Und dass Nick noch mit einem Informantin gesprochen hat. Dann hat er mich entschieden, zu erzählen. Und jetzt ist er tot. Stell dich mal vor, der Nick lebt noch. Ich muss nach welchen Noten, die Nick in seinem Büro gelegt hat. Und checken Walters Computer. Sie müssen etwas für mich haben, um zu gehen. Nick muss man ein paar Noten hinterher gelegt haben. Walter könnte auch etwas auf Nicks Arbeit haben. Ich sollte nachher schauen. Ich muss mich nicht sagen. Ich weiß nicht, dass es hier nichts an Walter sein kann. Ach, mein Herz desirbt. Es könnte eine Person, aber auch ein Ort sein. Ach, mein Herz desirbt. Es könnte eine Person sein, aber... Walter war nie immer technisch-savig. Er hat nur seine Worte, die etwas an ihm bedeutet. Es ist eine gute Chance, dass es eine Klühe in seinem Office ist. Nur Erinnerungen. Nichts, was als Passwort möglich ist. Eine Fotos, die Walter von seiner ersten Desk auf seinem ersten Tag der Arbeit hat. Nick erhielt es. Sie war damals der Office-Administrator vor. Muss ich jetzt Passwort finden, Alter. Walter hat diesen Artikel geblieben, nachdem er die Aufmerksamkeit der Hafen hat. Basswood ist sein Blut und Herz. Ich würde mich nicht überraschieren, wenn er es gesagt hat, seine Passwort. Der Desk der Walter ist wie er. Big und voll von Mysterien. Arzt Briefmutter geht es wieder gut. Es ist gut für Walter, dass Judith gut ist. Sie hat die Welt zu ihm. So viel so, dass sie... Prenn hat nie so glücklich ein Tag in ihrer Leben. Sie war Walter's Kat für Jahre. Vielleicht hat er seine Namen als Passwort. Ich kann nicht vorstellen, Walter zu einem Suntan auf der Beach. Er kann nicht bleiben. So, ich glaube, wir haben alles. Das ist nicht das. Ich muss weiter schauen. Das ist nicht das. Ich muss weiter schauen. Das ist nicht das. Ich muss weiter schauen. Und ich bin in. Mal sehen, welche Geheimnisse du hier hast, Walter. Einmal bei der Übersetzung. Es ist nicht das. Das heißt. Jetzt ist es nicht das. Deswegen sind die Rechte. Dafür, was Walter war nicht. Warte, das macht nicht Sinn. Nick würde nie fahren, ohne seine Sitzbelte. Und er hat immer seine Fenster örtet. Dario, Alter! Trink ein Bier während du spielst. Soll ich? Soll ich so richtig, soll ich so richtig, äh, so richtig Streamer-like sein? Wenn du jetzt noch sechs raushaust, hole ich mir wirklich ein Bier. Nein, Spaß will auf, mach nicht. Stumpfe Gewalterwirkung, die Ernahme von Rauch oder Verbrennung sind alle möglichen Todesursachen. Oh, hallo, jetzt wird's langsam spannend hier. Die Fahrt hat wirklich verbrannt, obwohl das sehr unkommenswert ist in den meisten Crashen. Okay, also er schnallt sich immer an und er, ähm, hat immer einen Spalt offen. Ist schon merkwürdig, oder? Ich mein, er kennt ihn ja gut. Das ist ein bisschen komisch, also es sieht ihm nicht ähnlich so aus. Wie sagt er? Alleine mit dem, mit dem anschnallen, betrunken fahren und mit dem Fenster. Hm, Walter hat uns immer als Familie behandelt. Guck mal. Aber ich kann's nicht angucken. Ich glaube, es war nicht Nick, Tina. Vielleicht hat Nick den ja umgenietet. Jetzt, hier, den, 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 wie auch immer hieß. Boah, er lässt da seine Familie nicht zurück. Ha, Dario, Alter! Hahaha, Typ! Nick's Computer ist missing. Took ihn home to work, oder stolen. Dario, vielen, vielen, vielen Dank, Diggi! Die einzige Sache, die sie dann gebraucht hat, war, nach Bugs und sie schreibe. Wieso denn zweimal? Ja, hier sind die sechs, aber dann, äh, was, aber dann sind es zwei. Das ist mal eins. Dank schön, Diggi! Haha, Typ. Haha, aber hier ist nix weiter, oder? Warte mal. 23.41 Uhr, nichts vergessen. Nick's Handwriting. Always paranoid about forgetting things. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. If I had the code, I could get in here. Ah. Ich will da raus. Das ist bestimmt die Uhrzeit. Das ist die Uhrzeit. Das ist die Uhrzeit. Das ist die Uhrzeit. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Ah, es war zu schnell. Nein. Es war etwas wie 10.000 Kombinationen. Ich wüsste, dass ich es überrasche. Ich sollte weiter schauen. Ich sollte weiter suchen. Unde sind die Uhrzeit. Hm. ... ... ... ... Andersrum Wie gut, dass der Absender nicht immer dabei steht Was meinst du, Cat? Andersrum? Nein Und mit 10.000 Kombinationen, ich warte, dass ich es nicht verstanden habe Ich sollte weiter schauen Hmm Valid Frage Still nicht sicher Sie noch nicht arbeiten hier nicht mehr Someone sollte wirklich clean up diese Bord Hätte aber gepasst mit der Uhrzeit, wa? Tja, aber mehr gibt's hier nicht Ha, 31, 21 4 Digits Ich wundere, ob das der neue Code für die Archive ist Das ist die richtige Kombination, äh, gegen einen guten Witz eingetauscht So, was hab ich gesagt? 31 Voll die Detektivarbeit hier Sprunghafter Anstieg der Arbeitslosigkeit nach Stilllegung der Mine Völlig normal Kurve flacht im letzten Jahr etwas ab Erholung, Zahlen sehen gut aus Trend oder Außenseiter brauchen mehr Datenpunkte Name des Passagiers Nick Kontakte Nick hatte einen Kontakt Der gleiche Name ist in der E-Mail Er war nur etwas groß Eine Sprung vorausgesetzt Gut, dass er wieder reden will Ich hab aber einen Witz für dich, Cat Was macht ein Clown im Büro? Faxen So Ich muss sehr vorsichtig sein Nick hat sich übernommen Er wollte mir etwas sagen Dennis versucht mir zu sprechen über Nick Und das ist das, was ihn getötet hat Genau Wie ich gesagt habe Du solltest aus der Stadt Und die Details von Nick's Todes Das ist nicht so, wie er Two Jahre ist ein langes Zeit, Sam Er hat sich mehr verändert, wie du wissen Er hat sich verändert, wie du Veränder sich die Jahre langen Ich muss nach dem Crash Ich muss nach dem Crash Ich muss nachdenken, wenn du richtig bist Sam? Was ist passiert? Dennis Das ist Dennis Was ist passiert? Ist er... Anna, hör auf mich Dennis ist tot Ich habe ihn nicht getötet Das musst du mir glauben Ah, ist das schwer Chat, schreib mal in Chat Anna, ich habe ihn nicht getötet Oh mein Gott, nein Es ist... Wie könnte das passieren? He died last night Hours ago Not much we can do right now He asked me to meet him hereafter But I was so drunk I arrived late And the person that actually showed up killed him Your bloody shirt was clearly from this That means you were here yesterday It links you to the crime scene And you've been running around town all morning Asking about Dennis It won't look good We need to call the police They'll think I killed him I thought I did it first I have no alibi This is not about you Dennis had a family They have to know what happened It's the right thing to do Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point Someone is gonna find him eventually Involving the police would only slow us down I'll be more efficient on my own Efficient And possibly friendless You've already trusted Anna once I suggest you keep on that road Ha 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 Sorry die Polizei rufe Vergiss es alter Geil wäre es Wenn man bei Twitch einstellen könnte Dass wenn man Botbefehle eintippt Man nur selbst die Antwort sieht Quizplay ist es Anstrengend zwischen den ganzen Bot Wie meinst du das? Mütze Verstehe ich nicht Sofort gehen Oder Polizei rufen Aber ich sehe schon Ihr seid eher Für Gehen Ich würde auch keine Polizei sagen Ich bin doch nicht beschweigert Anna, nein Sie wollen mich interrogieren Und wir werden nie wissen, wer das getan hat Was ist falsch mit dir? Wie könntest du so kalt sein? Wir können ihn nicht sterben machen Was wir jetzt machen Und wir werden jetzt entscheiden, ob wir wissen, ob wir wissen, was wirklich passiert Was wirklich passiert Trust me Ich bin nicht so comfortable mit dem Aber wenn du es interessierst Wir werden einfach Leave ihm Also, ich denke, wer das gemacht hat Might be linked To Nick's accident Das ist über Nick? The crash? Was ist das? Begleite mich? Es ist eine Woche, aber wir finden etwas. Ich weiß, wir werden. Ist es okay, wenn ich hier bleiben? Ich glaube nicht, ich bin bereit. Klar, ich glaube, ich werde gut sein. Du meinst, dass du... ...überfokust zu dem Punkt der nichtreaktivität bist? Ich erinnere mich. Especially, wie du immer immer richtig bist, irgendwie. Ich hoffe. Ich weiß nicht, was ich hoffe. Ja, me neither. Jetzt muss er mit seiner Ex... ...den Tod... ...von seinem besten Kumpel... ...mit dem sie was hatte... ...erkunden. ... 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 Und da ist wieder Mr. X Zwei Morde in Folge Geil gemacht mit dem Auto Mache ich auch jetzt Mache ich jetzt auch Chris feige klärt, Fricky hat Dennis getötet Immer diese Imposter Ich dachte, dass du verletzt Ich habe das Also, hast du nichts gefunden? Nick, er wurde verletzt Oh 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 Da sucht wohl jemand Beweise Oh 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 Vielen Dank.